Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overcooked 2, mit dabei allen. Ja... Ich habe geschaut, es gewinnt noch 6 Level nach dem und 2 Bonuslevel. Und dann sind wir schon durch? Ja... Wir haben es auch nur leicht gesucht, dieses Spiel. Du musst mir Fleisch übernieten. Fang! Und Pilzen lieber, Pilzen. Keine Tomaten. Schneid doch einfach. Einfach mal. Tomaten. Äh keine Tomaten. Nicht. Tomaten? Äh...ja? Hau mal. Jetzt Hilfe. Oh, ich muss ja auch noch kochen, stimmt. Boah! Ach... Stomaten... Kannst du mir Stomaten und Pilzen einfach mal über den Werf? Kannst du mit den Teguaren auf dem Boden gehen? Wir haben genug. Wir haben genug. Ja, ich habe es weg. Pack sie gleich hier rein. Bei dir? Ja. Weisst du, was wir eigentlich auch machen könnten? Du gibst mir einen Kochtopf übern. Den musst du gar nicht überrennen. Du kannst einfach den Teguaren übernieten. Ah... Ah... Nimmst du da vorne die Kanne mit dem? Oder so? Die liegen jetzt beide durch. Uuuh! Mir wird schlecht. Uuuh! Was ist denn das? Was? Was? Können wir jetzt überall laufen? Ja, aber es ist gar nicht möglich. Nein. Was soll ich von mir? Meine Teguaren... Meine Pilzen, geh weg! Uuuh! Was ist denn das für ein Sekuhaftes Leben? Er ist doch sehr angenehm für die Togo. Das macht sehr gut. Hast du die Tomaten ready? Ja. Ich kriege auch heute. Uuuh! Tauer! Wir mussten die Tomaten-Gesüge verkaufen und dann die Pilzen, die wir neben dran kommen. Ja. Boah, mir wird wirklich schlecht. So. Ja, schuldet. Lass mich rum. Das ist die schlimmste Stelle, die wir spielten. Ich brauche Fleisch. Scheiße, fliege. Sicher. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Ehhh Welche Pips Du mal Ich habe mich auch so gar nicht aufgesetzt Ich habe mich auch so gar nicht aufgesetzt Ja, besser ist es Schon besser, Alter Nein, äh Doch, nein, 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 nein Scheiße, nimm Tomaten Wann haben wir? Ja, aber auch nicht Wo kann ich verkaufen? Da hinten Oh, Ripp Sie sind mal ein bisschen totig in dieser Hunde Ja Man merkt, dass es am Ende zuneht Mit dieser Mission Habe ich das Gefühl, kann das sein? Kann schon sein, ja Aber es geht ja noch 6 Maps Ja, 6 Maps Es sind nicht mehr so viele Und 2 Bonus Die darf man nicht vergessen Wir hoffen, das letzte Level wird es etwas hartes Unmöglich ist Gibt es irgendwie so Also gibt es dann ausser die 2 Bonus Hast du sonst irgendwelche Bonus-Content Oder so gar nicht mehr? Keine Ahnung Ob es irgendwelche Secrets gibt Das sind auch huren Games Kennst du das Game mit Hopia? Ja Das ist hurengeil Dann geht es bis zu einem gewissen Zeitpunkt lang, oder? Und dann irgendwann ist er Aber es gibt so unglaublich viel After-Game-Content Das kannst du dir nicht vorstellen Wer holt sein Fleisch auf Teig? Wer holt sein Fleisch auf Teig? Ja Doch, du hast falsche Rezepte Doch, du hast falsche Rezepte Ben? Ich höre dich nicht Ja, warte ist derart hat Ich muss hier haben die nicht ge ist oder die So, ja, rein. Rein in die Olga. Hör auf die U-Broten umzufahren. Oder die... Wie heissen die Brote? Un-Broten, ja. Un-Broten, stimmt. Keine U-Broten. Ok, gehen wir zuerst mit dem Hund reden. Lass mich Ruhe. Ey, jetzt hör mal wirklich auf. Hör auf. Stopp. Sonst kannst du... Sonst musst du Kartoffenzwiebeln essen. Ich kann nicht mit dem Hund reden. So, für was ist das Zeichen? Darf ich mir einen fett halten? Wow! Das, was ihr da veranstaltet, ist ja reine Küchenmagie. Aber so eine Gefahr sind wir noch nie begegnet. Dieser Kampf dürfen wir nicht verlieren. Die Nahrung, die wir diesen komischen Kohlenhydraten geben, scheint nicht von dieser Welt zu sein. Wir müssen nach Norden und dann immer weiter bis zum dritten Stern links und gehen dann geradeaus bis zum Frühstück. Huff! Ich werde mich nicht beruhigen. Wir haben es fast geschafft! Noch eine Reise, meine kostbaren Köche. Und beeilt euch! Muahaha! Da draussen warten die Abenteuer. Nicht für Tränen! Jaaa! Ach! Piss sie dort! Ja! Ey, Eisel, wo geht's noch? Hä? Na, ist doch! Oh, da gibt's noch Eisel. Ja, ja. Jaaa! Hmmm! Öp! Ah! 700! Oh Gott! Ich höre dich dann wieder nicht. Ja, ich weiss. Was ist denn das gelbe? Öh! Konig! Was für Konig, Alter? Sag ich, sie muss den nicht schneiden. Logisch muss ich ihn schneiden. Nimm mal Karotten natürlich. Was für Konig, Alter? Öh! Öh! Ui, ich nehme ihn so einfach mit den Blossen hin. Nein! Nein, den musst du lassen! Oh, doch. Ja. Kannst du. Ach du, ist Zugfahrt oder? Ja, ich kann nichts machen. Ich bin eingesperrt. Ja, schau. Oh, wir machen Küche. Ja, siehst du. 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 Machst du das mit Schokolade? Dann mache ich das nächste. Dann mache ich das nächste. Öh, was muss ich? Honig. Hörst du da Schokolade hin? Ich schaffee meine, die Schokolade hin, ich mache es nicht so. Ich gucke mir einfach mit, was ich lege. Ich bin noch nicht z работы und ich für schraube es nicht so. Ich kann es nicht so, ich sehe etwas zu tun. Oh, ich habe nicht so, ich möchte es so tun. Du musst nur das gleiche machen wie ich. So f***. Ich habe das auch beim Griff. Du machst das gleiche, wie ich nie habe. Warte, ich bringe ihn. Machst du den? Ich mache den mit Karot und du den auch um. Ist gut? Ja. Machst du den? Ja. Es f***t ab. Oder? Nein. Können wir die fette Dinge irgendwo lösen? Warte. Nein, was hast du jetzt mit dem? Gib mal ein Feuer lösch. Nein, geht nicht. Nein. Ja, kannst du ihn gleich hoch bringen, wenn du tatschst. Äh, was kommt da drin? Alles. Also Schocke und Honig. Dann hast du ja. Der ist schwer. Ja,ணern. Mit der Schocke und Honig? Bei den? Du drückst mich da immer weg. Jedes Mal. Ok. Hast du mir so einen Schlager gefressen? Schau schon wieder! Ich kann ja nichts mehr in meinem Weg stehen. Schau weiter! Ähm. Schaffen wir noch einen überhaupt? Nein. Vielleicht einen schaffen wir. Aber das will niemand. Doch. Oh der hat noch mal geschallert. Bitte kein Minus mehr. Ja perfekt. 108. Junge der letzte hat noch mal so geschallert. Glaub mir. Der letzte hat uns so gecarriert. Der hat uns 124 oder so gegeben. Ah gut. Sie sind schon so gelangt. Ich bin arschend. Ja. Ja, das ist jetzt. Ich habe mich weiter und Volker overgeguckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Joh.